Julia, du bist der einzigste Stern für mich im Leben. Und Jacqueline auch. Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren kleinen Video. Philipp steht ja schon in den Startlöchern. Guckt euch das an, wie ready der ist. Das war so hoch, Alter. Das war über deinen Kopf, Mann. Alter, leck mir mal. Herzlich willkommen zurück. Julia, du und ich, wir kennen uns nicht. Schade. Aber ich habe ein bisschen rumgeguckt und habe diverse Kochvideos von Julia gefunden. Und heute passt mir eine Sache ganz gut in den Kram. Und das ist die Julia Beauty X Nudelsoße, die wir heute machen werden für Nudeln. Und ich habe probiert, alles aus dem Video so weit raus zu kristallisieren, wie ich es nur hinbekommen habe. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Im Prinzip ist es Lauchzwiebeln, Gemüse. Gemüse. Das ist Knoblauch. Dann brauchen wir noch Mais. Den habe ich vergessen. Mais ist wichtig, Thunfisch, Satsugis. Heißt das bei mir im Italienischen, das ist, was ich spreche. Prapicottis und das da. Und dann Tomatenstückig. Und ich wusste gar nicht, dass es die ein Schaf gibt, weil die reden im Video darüber. Sie reden mit ihrer Mama und ihrer Schwester, dass sie das so vielleicht scharf essen. Also die Mama schreit aus dem Hintergrund nur, ist da schon kein Entfernen drin? Und dann sagt sie, nein, nicht so scharf. Irgendwie so, glaube ich. Also ich probiere es hier raus. Ich verscheuhe, jetzt verfordert. Jeremy, Alter. Okay, Leute. Der Mama hat es dir angetan. Cheyenne-Pfeffer ist wirklich auch... So, deswegen mache ich mir das ein bisschen pikant noch. Weil ich mag das voll gerne. So, ich fange jetzt erstmal an. Ich muss mich echt sortieren. Ich bin kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Ich möchte nicht, dass sie das eigentlich sieht. Eigentlich bin ich ganz nett. Aber ich habe heute echt... Ich kriege Nerven in diesem Video. Es wird passieren. Ich hoffe, dass es einfach ist. Alles gut, die Kamera läuft. Ich weiß, es ist ein guter Klicks. YouTuber-Nervenzusammenbruch Teil 5. Leute, wenn ihr neu dabei seid, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Werde Mitglied. Benutzt den Support-A-Creator-Code Sturmwaffel auf Epic Games. Folgt mir auf Instagram. Folgt mir auf Twitch. Folgt mir auf Twitter. Komm, eine Sache kriegen wir noch hin. Eine Sache kriegen wir noch hin. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Bowling. Den Bowling. Den achten Pin. Komm. Mir fällt gerade nichts ein, aber ich muss die ganzen Einblendungen noch dazu packen zu den E400.000 Sachen. Ach. Ja, im besten Fall. Wir probieren gerade so viele Einblendungen zu machen, dass wir gar nicht mehr darüber reden müssen. Dann seht ihr, dass es die ganze Zeit in euer Gesicht ist, wie so... Und da so ein roter Alarm einfach in der Mitte des Videos aufblitzt. Wir brauchen dafür einen Topf, weil das ist ja eine Soße. Es geht um eine Nudelsoße und für Nudelsoßen braucht man... Topf. Ich habe bis dato 200 Milliliter Cola Zero getrunken. Das war alles, was ich heute in mich geführt habe, weil sonst nur E-Mails und Telefonieren und Sprachnachrichten an Stegi, der rumheult, das Opfer. Ich habe mir heute Morgen gedacht im Supermarkt, ich hätte eigentlich gern zum Frühstück gern einen Saft. Einen Saft? Das ist was sehr deutsches, ne? Einen Saft zum Frühstück. Nee, da war so Wassermelone, Limette, Himbeere drin. War lecker. Also Saft. Ja. Saft ist auch so ein Wort, ne? Ja. Saft. Schöner Saft, Marc. Fangen wir mal an, die ganzen Sachen jetzt hier wegzuschnibbeln. Ich vergesse immer, dass ich hier im Büro bin und nicht bei mir zu Hause. In der Bruchbude 900, wo ich gestern was zu essen kochen wollte und ich nicht mal ein scharfes Messer zu Hause habe momentan. Also es ist wirklich so konträr, weil ich nur im Büro existiere. Das war dein Daumen. Was ist das denn los? Erstmal müssen wir eine Papriki nehmen. Ich glaube, das könnte potenziell ein Gericht sein, was sehr, sehr hoch gerankt ist, weißt du, in dem YouTuber-Essen. Und auch, glaube ich, das erste Gericht von einer Frau, was wir machen, oder? Stimmt. YouTuber-Gericht. Ja. YouTuber-Gericht, ja. Crazy. Läuft bei dir. Wir kennen uns zwar nicht, aber läuft bei dir. Richtig arrogante Stück Scheiße. Läuft bei dir, dass du bei mir auf dem Kanal nicht auftreten darfst, weil ich dir ein Rezept klaue für mein absolut durchweg geklautes Kopfverband. Ist das eigentlich auch ihr Lieblingsessen? Das ist nicht ihr Lieblingsessen, glaube ich. Das ist ja gut, falls sie mal hier zeigen können. Schauen wir mal, ob sie nach dem Video... Also ich glaube, ich brauche eine halbe. Die unterteile ich jetzt erstmal in die Hälfte. Dann machen wir Knös raus. Ich habe gestern übrigens probiert, obwohl wir nochmal bei der Dings-Geschichte sind, bei Zuhause kochen, unsere leckere, vegetarische Tomatensauce nachzumachen zu Hause. Hat nicht geklappt. War irgendwie scheiße. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie war es gestern echt ekelhaft. Es wird weiter weggeschnibbelt. Erstmal müssen die klein. Ich glaube kleiner. Jetzt habe ich das schon so gemacht. Doof. Meint natürlich doof, dieses Channel. Thanks. So, die Gummis runter. Ich habe sehr viele wieder geholt. Ich weiß nicht, warum das immer so ist, warum man so viele Lauchzwiebeln aneinander hat. Weil Lauch geil ist. Wenn Reh wieder das Video sieht, haben wir ein Problem. Das wird er auf ewig gegen dich verwenden. So, zack. Haben wir gemacht. Easy. Guck. Zack, fertig. Lauchzwiebel. Und jetzt, ich glaube es ist eine oder vielleicht auch zwei Knoblauchzehen. Ich würde mich mal für eine auf dem Fenster legen, weil vielleicht wurde dann gestern Abend im Zyklus meines eigenen Kochexperiments ein wenig viel Knoblauch vernichtet, was dann am Ende des Tages... Wirst du, dass das immer noch nachwirkt? Das Wasser ist schon auch ganz gut auf Touren. Da habe ich extra viel Wasser genommen. Ich mache immer das Ende weg vom Knoblauch, weil das mag ich nicht. Isst du das mit? Das untere Ende vom Knoblauch? Also ich packe es dann mit in die Pfanne und was weiß ich, weil danach merkst du davon nichts mehr. Ich meine natürlich super für dich. So, los geht's. Kleingeschnitten in die Möhre. Ich glaube man sollte es klein schneiden, ich hoffe zumindest. Also ich hätte es gepresst auch eher für so Dings, weißt du? So, ich glaube wir sind jetzt gut vorbereitet, weil jetzt könnte ich hier ein bisschen Öl rein in die Soße. Ich glaube da wird immer mit Olivenöl gekocht, bin mir aber nicht 100% sicher. Das ist so ein Olivenöl-Kochhaushalt, weißt du was ich meine? Boah, ich habe jetzt so Bock auf eine geile Soße mit Nudeln, ne? Also ich habe wirklich, ich setze so viel da rein jetzt, Julia. Wenn das schlecht wird, dann Anwalt oder so. Dann kommt direkt mein Anwalt. Ich habe keinen, ich habe drei, viereinhalb. So, zack, zack und hier. So, nehmen wir uns mal hier so ein Böbelchen, damit man hier gleich das Ganze ein bisschen umrühren kann. Ich mache jetzt schon mal ein bisschen heißer, damit das schön hochköchelt, damit das auch natürlich ganz schön geil ist. Zack und zack. So, ich glaube das wird... Ich glaube das wird was, wenn ich dir das so sagen könnte. Sie hat es mit Fussili gemacht, ich glaube es war ein Fussili. Hätten auch kein Padaori sein können oder Contemporanti. Ich kenne keinen Nudeln. Irgendwas mit Ilili. Comparililili. Macaroni nilililili. Aber sind glaube ich Fussili gewesen. Deswegen, ich hau jetzt einfach auch das halbe Kilo da rein, ne? Ahhhh. Hey Siri, stell deinen Timer auf neun Minuten. Okay. Neun Minuten. Oh Gott, da fängt es an zu brutzeln. Äh, weil die sollten al dente, al guru, di al guru, se monada, se cirodanatana, di grando duro. So, jetzt müssen erstmal alle Zutaten so leicht aneinander, umeinander angeröstet werden. Währenddessen haben wir ja eigentlich ein bisschen die Zucchini. Richtig, das mache ich nämlich jetzt. Nachdem ich hier die rein gemacht habe schon. Also das sieht jetzt schon sehr geil aus irgendwie, weil es so gesund wirkt. Wäscht man eine Zucchini? Ja, schon. Oh, es wird so gut und so bunt. Ich mag es, weil es so gut und so bunt ist. So, ich nehme mal ne halbe. Oh ne halbe. Ilja, du kennst mich. Hier sehe ich aus wie jemand der eine ganze Zucchini essen würde. Aber die ist doch voll klein. Ilja. Ich wollte nochmal den Namen sagen. Das hat jetzt keinen weiteren Effekt gehabt eigentlich. So, ich glaube rein folgendmäßig sind wir hier auf der sicheren Seite und richtig unterwegs. Jetzt kommt glaube ich der Mais dazu. Mais muss man glaube ich ein bisschen abträufeln lassen. Hier wieder das. Aber trotzdem nur eine halbe Zucchini? Ja. Also für meinen Geschmack, ja. Du weißt doch gar nicht, wie die Zucchini schmeckt. Ja. Ich habe viel gehört. Word on the street is Zucchini no mini. Very mini meine ich natürlich. Zucchini is a mini. Ha. Uh. So. Hier ist jetzt reiner Thunfisch. Ein Filet. Ich hoffe das habe ich richtig gemacht. Weil nach wie vor Thunfisch. Ah. Zack. Hier habe ich jetzt ein geiles Filet. Oder so. Keine Ahnung. Eigentlich ganz geil. Ich glaube das ist auch das was ich jetzt irgendwie brauche. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber irgendwie habe ich manchmal, seitdem wir hier beim Lieblingsessen so Thunfisch hatten, hatte ich manchmal Bock wieder auf Thunfisch. Ich glaube ich habe in meinem Leben lang irgendwie... Ich bin so am sabbern gerade. Weil ich diesen Thunfisch da drin sehe. Das ist unfassbar. Äh. Ich weiß nicht ob das gut ist. Oder richtig. Was hier gerade passiert ist. So. Das Ganze werde ich jetzt nochmal ein bisschen anbrutzeln lassen. So komm. Sehr gut. Riecht Thunfischig. Dann fehlt eigentlich nur noch, glaube ich, das hier. Und Gewürze ein paar. Ich werde natürlich schöne Cayenne Pfeffer dazu auch noch reinhauen. Das Oregano. Ich will ja mal Uri Geller sagen zum Oregano. And now. Watch the thing bend itself. Amazing. Ey ohne Mist. Ich vermisse so ein bisschen. Stell dir mal vor, wie geil es wäre, wenn Uri Geller nochmal diese Magier-Sendung heutzutage hätte. Und dann wäre nochmal Vincent Draven. Ah. Als Kodaks. Das war damals schon so lächerlich. Und jetzt ist es halt noch geiler. Ich mag halt generell so diese Magier-Sendung eigentlich. Ich auch. Ben, äh Penn & Teller. Sehr geil. So. Timer ist durch. Das heißt, die sind ready. Zack. So. Die tropfen ab. Auf entspannt. Und das hier ist jetzt auch leicht angebrutzelt. Dementsprechend würde ich jetzt glaube ich mal die Soße da hinzugeben. Beziehungsweise das hier. Die hat auch nur irgendwie so eins da rein gemacht. Ich glaube das wird wenig Soße. Aber das haftet so. Weißt du? Und dann muss sie noch ein bisschen köcheln. Ah. Aua. Tut weh. Ich weiß nicht, wie man sowas aufkriegt vernünftig. Soll ich mal? Nein, krieg das hin. Ich bin männlich. Kein Problem für mich. Also ich weiß gar nicht viel. Ich würde mich da nicht ansterben bei sowas. Das sind jetzt stückige Tomaten. Schon ordentlich, ne? Hätte man auch nicht gedacht. Boah. Aber irgendwie sieht's geil aus. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwie, irgendwie könnte das lecker sein. Bin ich 100% sicher warum. Aber lecker. So jetzt, wie gesagt, wird das Video, weil es halt so ein halber Vlog ist, so ein bisschen fragwürdig. Und ich muss jetzt improvisieren. Weil sie sagt noch, das muss jetzt gewürzt werden. Und man hört die Mutter ja von Cayenne-Pfeffer schreien. Dementsprechend denke ich mal, da muss Cayenne-Pfeffer rein. Und wenn da Cayenne-Pfeffer rein muss, dann heißt es bei mir, habe ich gelernt, ordentlich Cayenne-Pfeffer muss da rein. So, zack. Zack. Oh, oh, oh. Habe, glaube ich, was falsch gemacht. Beauty-X-Mama, Beauty-X-Mama, was habe ich getan? So, ähm. So, Nummer Uno. Ein paar Salz, Leute. Lassen wir uns nicht nehmen. So, salzen. Geht immer. Schön ordentlich. Aber wo köchelt das jetzt hin? Das ist ja jetzt schon sehr viel... Ja, einfach ein bisschen einkochen. Einfach in sich einkochen, weißt du, dass es so eine Pampe wird. Und das ist echt wenig Flüssigkeit. Ja, das ist normal. Richtig. Ich halte mich hier an Vorgaben, Ilja. Ich kann dir jetzt nichts dazu sagen, was du hören möchtest. Also hast du hier im Video auch sowas? Ja. Es war eine sehr... Also eher so eine Pampe halt, sag ich ja. Aber das ist halt nichts Schlimmes. Ich brauch das auch. So. Noch ein bisschen Paprikagewürz ist bei mir immer. Normalerweise sind so Tomatensauce mit drin. Ähm. Äh. Chili-Pulver. Könnte man, muss man nicht. Schauen wir mal. Paprika edelsüß natürlich noch ein bisschen. So. Geil. So. Jetzt lassen wir das mal kurz ein bisschen in sich einwirken. Dann rühre ich auch ein bisschen weniger um. Und dann sehen wir uns jetzt gleich sofort wieder. Und das Ganze jetzt noch so, keine Ahnung, zehnminütchen oder so vor sich hin köchelt. Finde ich gut, Leute. Bis gleich. So. Da sind wir wieder. Ich habe Teller in der Hand. Ich wusste nicht, wie ich es anders machen soll. Ui. Sieht gut aus, aber ich freue mich gerade. Es sieht wirklich sehr ähnlich aus. Sieht doch kein Fail aus. Guck mal. Samling. Ein Tellerchen fertig. Zaubern wir mal ganz kurz die ein, zwei anderen Tellerchen noch hier. Zack. So gut, damit die groß und stark werden natürlich. Zacki. Ich hoffe es schmeckt. Ich habe es übrigens gar nicht probiert. Es könnte jetzt alles passieren in den nächsten paar Sekunden. Es könnte alles passieren. Und dann ein letzter. Das ist wie ein Restaurant, Alter. In so Akkordarbeit. Und dann musst du noch fünf Sterne und das alles super aussieht. Könnte ich direkt kotzen. So. Deswegen, wenn ich kein Sterne koche. Zack. Nur deswegen. Ansonsten könnte ich. Seht ihr ja. So. Zack. Einfach ohne Sterne kochen. Fertig. Stell dir mal vor, du würdest einfach ein Restaurant aufmachen. Nur mit Gerichten von YouTubern. Bald hätten wir es. So. Zack. Die ganzen Sachen kommen auf den Tisch. Kommt mit. Gib Essen, Jungs. Gib Essen. Kommt mit. Hier. Ui. Die Jury ist eingetroffen, Alter. Ich liebe das einfach, ne? Julia Beauty X. Beste. Das ist von Julia Beauty X, ja. Das ist eigentlich, das wirkt wie so eine italienische, ähm. Guten, das hat sie. Ja, guten. Amen. Oder so. Amen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie kam das. Keine Ahnung. Ist Huhnfisch drin, ne? Ja. Und schmeckt? Gemische. Boah, ist echt gut, ey. Boah. Es schmeckt wirklich, ne? Bisschen scharf. Bisschen scharf. Aber das wollte ich auch. Aber es schmeckt übel lecker. Aber so muss eigentlich auch sein, ne? Mhm. Julia. Komm vorbei. Komm bitte vorbei. Wir wollen mehr Gerichte von dir. Wir brauchen Vergleichs. Genau. Nein, Quatsch. Ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen. Gewürztechnisch war es, wie gesagt, im Video nicht so. Aber die, glaube ich, habe ich ganz gut getroffen trotzdem. Aber lecker ist allemal. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Lasst ein Like da. Wenn ihr neu dabei wart, schaut bei den Dorset-Jungs. Hallo. So. Vorbei, natürlich. In der Dorset GmbH. In der Dorset Lager. In Dorset Ballas. In Dorset Ballas. Ihr lacht auch komplett identisch, ne? Das ist so krank. Auf einer anderen Tonlage einfach. Echt? Ja, ja. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Schaut bei Julia vorbei. Ich habe das Video verlinkt. Bis dahin. Tschüssi. Äh. 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 Juhu. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß. Und lass ein Abo da. Guck mehr Videos. Guck, guck mehr Videos. Mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.